Hallo liebe Wohnkabinenfreunde, ich bin's Jens vom Wohnkabinencenter und ich möchte euch heute ein tolles Gebrauchtgespann präsentieren. Wir haben hier einen Toyota Hilux als Doppelkabiner. Der Toyota Hilux ist ja der Inbegriff des Offroad-Fahrzeugs. Weltweite Verfügbarkeit, überall unter härtesten Einsatzbedingungen werden diese Fahrzeuge genutzt und das ist auch ein Attribut, was sich auf den 4-Wheel Camper übertragen lässt. Wohnkabinen von 4-Wheel Campers werden seit 1972 im kalifornischen Woodland präsentiert. Seit 2008 ist das Wohnkabinencenter der Importeur für Europa für diese Kabinen und auch 4-Wheel Campers hat mittlerweile eine weltweite Verbreitung. Wir haben Kabinen in Australien, es sind Kabinen in Südamerika unterwegs, in Kanada, in Amerika und überall auf der Welt. Das Modell, was wir hier haben, ist eine 2012 4-Wheel Campers Beaver. Das ist ein ganz besonderes Modell. Warum, erkläre ich euch gleich. Und der Toyota Hilux, den ihr hier seht, ist ein Baujahr 2020 und den schauen wir uns jetzt als erstes mal von innen an. Der Innenraum dieses schönen fünfsitzigen Toyota überzeugt durch wirklich komfortable Ausstattung. Ihr seht hier, wir haben ein sehr griffiges, angenehmes Lenkrad mit vielen kleinen Schaltern dran. Wir haben hier eine Freisprechanlage dran. Wir haben einen Tempomat hier. Ihr könnt verschiedene Funktionen hier abrufen. Das Radio ist eine Variante, die schon mit dem großen Bildschirm vorgerüstet ist für Navigation und Apple CarPlay. Dann habt ihr hier unten die Differenzialsperre mit Renn. Ganz wichtiges Detail, eine Bergabfahrhilfe. Die ist mega cool. Hier könnt ihr wirklich mit dem Automatikgetriebe auf D schalten und wenn ihr im Gefälle unterwegs seid, bremst der Hilux sich automatisch darunter. Ist eine ganz tolle Sache, wenn ihr so Abfahrten bergab auf Geröll habt oder auf nassem Untergrund. Da regelt er sich wirklich sehr, sehr gut selber. Laufleistung sind 94.870 Kilometer. Der ist also gerade erst eingefahren für den Hilux. Und ihr habt hier drin den bewährten 2,4 Liter 150 PS Motor. Das ist ein Motor, der ist nahezu weltweit verfügbar. Hat auch schon Euro 6. Ganz wichtiges Detail für die Zeit, die ihr hier in Europa damit fahren wollt. Aber eben weltweit seid ihr damit mit einem richtig bewährten Aggregat unterwegs. Ja, soviel jetzt erstmal zum Innenraum. Schauen wir uns jetzt an, was er außen zu bieten hat. Auf die äußeren Werte gehe ich jetzt nur kurz ein. Es gibt zu dem Fahrzeug noch ein separates Video. Das blende ich euch gleich hier irgendwo ein. Wenn ihr euch jetzt den Wagen von vorne einmal anschaut, ihr habt eine Scheinwerferreinigungsanlage, was sehr wichtig ist, wenn ihr irgendwo unterwegs seid auf staubigen Straßen, dass ihr die Scheinwerfer sauber kriegt. Nebelscheinwerfer ist ganz klar. Dann haben wir einen BF Goodrich All-Terrain Reifen auf einer Delta 4x4 Schwerlastfelde. Der Hilux war vorher unterwegs mit einer großen Nordstar-Kabine. Hat dementsprechend die volle Auflastung, 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht, 2,2 Tonnen Hinterachslast dank einer Zusatzluftfederung. Der hat also richtig, richtig Tragekapazitäten. Der Snorkel ist mit dran mit Zyklonfilter. Solltet ihr mal in staubigen Regionen unterwegs sein. Das ist eine ganz hilfreiche Geschichte. Und dann gehen wir jetzt mal nach hinten. Schauen wir uns hier mal den Überhang des 4Wheelcampers an. Ihr seht, dass die Kabine wirklich fast bündig hinten abschließt mit dem Auto. Und das ist einfach eine ganz, ganz feine Geschichte am 4Wheelcamper und an der Beaver, dass die so kompakt auf dem Fahrzeug sitzt. Jetzt geht der Moritz mal vorne in Richtung Spiegel. Und dann könnt ihr mal über den Spiegel hinaus zu mir hinschauen. Und da werdet ihr eine Sache feststellen. Wenn ihr mich jetzt hier seht, die Kabine ist wirklich nicht breiter als das Fahrzeug. Der Radkasten ist ein paar Zentimeter breiter. Dementsprechend ihr habt eine absolut kompakte Kabine. Und wenn ich jetzt meine Hand ausstrecke, kann ich so gerade eben hier oben noch drauf fassen. Das heißt auch hier Höhe Durchfahrtshöhe. Wenn ihr irgendwo durch kleine Tunnel auf Alpenpassstraßen fahren wollt. Wenn ihr das Ganze in einen Container packen wollt. Wenn ihr euch an Felswänden langschlängelt mit Überhang. Diese super kompakte Kombination, die bringt euch in jeder Lebenslage dahin, wo ihr hinfahren wollt. Und jetzt klappen wir die Kabine mal auf. Und dann könnt ihr sehen, wie viel Raum so eine kompakte Kabine bietet. Ihr findet um die Kabine sechs dieser Dachschnapper. Davon habe ich fünf Stück schon aufgemacht. Und was an der Kabine als erste Besonderheit dran ist, wir haben hier eine Nordstar Leiter integriert. Die klappe ich jetzt mal runter. Somit habe ich einen super bequemen Einstieg in die Kabine. Die Tür mache ich jetzt auf, drücke die in den Halter. Und auch hier, sei kurz gesagt, ihr habt hier eine richtige Fliegengittertür drin. Wenn die zu ist, seid ihr geschützt vor allem, was an Getier da draußen auf euch wartet. Außer Bären, die kommen da durch. So, das Aufklappen vom Dach ist ganz einfach. Ich gehe jetzt rein, löse einen Riegel, drücke das Dach hoch, gehe nach vorne in den Alkoven und drücke das Dach ebenfalls nochmal hoch. Das ist der Riegel. Damit habe ich das Dach hinten aufgeklappt. Und das gleiche mache ich jetzt vorne. Und habe das Dach somit in wenigen Sekunden aufgeklappt. Jetzt ist bei dieser Kabine noch zu sagen, das ist ein älteres Modell von 4WheelCampers mit dem innenliegenden Dachhubsystem. Das heißt, wir haben zwei Dämpfer, die zeige ich euch gleich innen. Trotzdem kinderleicht. Bei den neuen Kabinen ist es so, da haben wir außen die Dämpfer dran. Die seht ihr hier. Und mit diesen Außendämpfern geht das noch viel, viel leichter und schneller. Und es gibt ein Video im Internet, wo sich eine junge Frau furchtbar einen abbricht, die Kabine aufzumachen. Das lag allerdings daran, die wusste nicht, wie es geht. Die hatte das Bett ausgezogen. Das heißt, vorne, was ich euch gleich zeige, musste ein unheimlicher Hebelrahmen dran. Das ist nicht der Fall. Das geht ganz einfach und leicht. Zeige ich euch jetzt nochmal von innen. Wenn ich das Dach aufklappen möchte und habe das Bett ausgezogen, dann kann ich hier drücken. So viel ich will, das ist schwierig, aber es geht selbst dann. Habe ich aber das Bett, so wie es sein soll, eingeschoben. Dann gehe ich hier vorne hin und jetzt schaut mal, ich drücke jeweils mit den Spitzen der Finger das Dach hoch. So einfach lässt sich das Dach in einem Vorwheelcamper öffnen. Und jetzt gehen wir an die Details. Wenn ich jetzt das Dach des Vorwheelcampers hochgeklappt habe, habe ich im Innenraum so ein paar Kleinigkeiten zu machen. Ich habe jetzt schon mal drei der Fenster aufgemacht. Ich ziehe jetzt an dem Fenster ein. Das ist ein Klettfenster. Hier habt ihr zusätzlich noch eine Folienscheibe drin. Das heißt, hier ist ein Fliegengitter. Das ist fest. Jetzt kann ich, wenn ich beides aufmachen möchte, das so schön umschlagen. Klick das hier rein und habe das fertig. Dann habe ich die vier zusätzlichen Bettpolster. Die lege ich jetzt einfach mal oben aufs Bett. So mache ich das immer, wenn ich irgendwo ankomme. Und jetzt bin ich quasi in der Kabine schon wohnfähig. Wir haben im Vorwheelcamper mit der Couch-Variante, auch in dieser Kabine hier, haben wir einen kleinen Tisch mit drin. Den stelle ich jetzt gleich mal auf. Das ist aber eher so ein Nottisch. Besonderheit bei dieser Variante hier mit der Couch ist, dass wenn ich mich hinstelle, dann kann ich diese Banklehne rumklappen und kann jetzt hier eine ebene Liegefläche machen. Da passe ich mit meinen Beinen gerade nicht hin. Das würde ich von draußen machen. Und mit dieser ebenen Liegefläche bin ich in der Lage, in dieser Kabine bei geschlossenem Dach zu campen und zu wohnen. Nämlich, ich habe ein Fenster in der Tür. Ich habe ein Fenster hier in der Seite. Ich kann meine Heizung bedienen. Ich komme an den Kühlschrank. Ich könnte mir notfalls mit ein bisschen Gefummel die Zähne putzen und kann damit vollkommen inkognito irgendwo stehen. Bin vor allem geschützt, weil das Dach ist zu. Ich habe eine feste Hülle. Und das ist eben die Besonderheit an der Couch-Variante. Der Tisch, den haben wir hier vom Vorbesitzer mit übernommen. Der lag bei ihm auch in der Garage, weil er sagte, ach du, den haben wir die meiste Zeit gar nicht mitgenommen. Den kann ich hier mit drei Handgriffen aufstellen. Und dann in meinem Polster wieder. Dann habe ich hier eben auch die Möglichkeit zu sagen, hier kann ich mich mit zwei oder auch notfalls sogar mit drei Leuten hinsetzen und kann mal eine Kleinigkeit essen. Ich selber bin mit der Kabine viel unterwegs gewesen und mit dem Kabinenmodell mit der Couch. Hatte dann die Kinder dabei. Und wir haben auf den Tisch auch meist verzichtet. Hatten morgens den Teller mit den Butterbroten eben in der Hand, haben schnell was gegessen. Und ansonsten waren wir die meiste Zeit draußen unterwegs und haben draußen unter der Markise gesessen. Mein lieber Kameramann Moritz, der hat hier in der Kabine echt Herausforderungen, weil ich den von der einen hohen Position in die nächste biege. Hier sitzt er jetzt auch ganz verdreht. Ich hoffe, das Bild ist gut. Ja, gucken wir uns mal die Küchenzeile an. Wir haben hier einmal das Kontrollpanel. Hier ist die Wasserpumpe zum Einschalten. Hier könnt ihr den Tankfüllstand, Batteriefüllstand überprüfen. Das ist ein relativ einfaches Instrument. Das ist das Bedienelement der Propex Gas-Warm-Umluft-Heizung. Hier habt ihr die Ausströmer der Heizung sitzen. Hier einmal Zuluft und einmal Warmluft. Damit verteilt sich die Wärme der Gasheizung mit zwei kW super in der Kabine. Ist also ein ganz bewährtes Prinzip. Hat auch Platz für zwei mal fünf Kilo Gas hier in der Kabine. Kommen also auch wirklich lange mit aus. Dann habt ihr hier oben zwei Zigarettenanzünder-Buchsen mit jeweils einem Schalter dran. Die sind beide einzeln schaltbar. Da ist es sinnvoll in der heutigen Zeit ein USB oder USB-C Zigarettenanzünder-Plug rein zu machen. Dann habt ihr hier ein Radio von Alpine. Das ist ein Qualitätsaudiogerät. Das funktioniert richtig gut. Zwei Schubladen. Was schön ist an den Schubladen auch eine Besonderheit. Die Schublade läuft oben in einer Schiene und wird unten eingerastet durch diesen kleinen Nupsi. Das heißt, wenn ich die Schublade hier reinsetze, hängt die fest in der Schiene und setze ich die hier rein, wird die durchs Gewicht festgehalten. Das ist ein System, das ist rund 50 Jahre alt und es funktioniert bis heute absolut zuverlässig, weil da kann keine Feder im Push-Lock verdrecken, da kann nichts auseinanderspringen. Das ist einfach ein absolut grandioses System, denn manche Dinge, die sind, wenn man die einfach macht, ewig haltbar. Das finde ich hier super. Dann haben wir hier, wenn ihr weiterschaut, noch ein Waschbecken. Das Waschbecken mit einem großen schwenkbaren Wasserhahn. Hier lassen sich auch ganz gut mal die Haare waschen, wenn er den Kopf drunter steckt. Wichtig ist immer den Öffner hier nach unten zu drehen, weil der sich sonst durchs Zuklappen des Deckels öffnen kann. Ihr habt eine großzügige Küchenarbeitsfläche und was natürlich in so einer Kabine nicht fehlen darf, ein zweiflammiger Gasherd. Da können wir wunderbar mit kochen. Ist eine Sache, gerade im Offroad Bereich sind viele da, die nehmen den Kocher auch mal mit raus. Hier ist er eben fest eingebaut. Das heißt, da können wir mit einem zweiten Kocher fahren. Dann haben wir hier an der Seite, das wahrscheinlich jetzt schlecht zu sehen, eine zusätzliche Belüftung für den Kühlschrank hinten. Das ist ein elektrischer Ventilator, um dem Kühlschrank ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Hier hinten ist noch eine weitere 12 Volt Zigarettenanzünderdose. Und dann habt ihr hier einen Kompressorkühlschrank. Der ist aus dem Hause Dometic. Ausreichend Platz für Wurst, Käse, Bier und andere Leckereien. Und somit habt ihr in der Kabine ein Rundum-Sorglos-Paket, was die Ausstattung anbetrifft. Hier ist noch Stauraum. Der wirkt sehr kompakt, ist aber sehr, sehr tief. Sogar die originale Bordmappe mit allen Bedienungsanleitungen kriegt er hier noch mit dazu. Hier habt ihr auch ein großes, tiefes Staufach. Da sind auch die beiden Gasabsperrhähne mit untergebracht. Und hier unten findet ihr die Stromzentrale. Hier ist einmal die 230 Volt Sicherungsbelegung mit drin. Hier neben sind die 12 Volt Sicherung. Unten ist noch ein Lautsprecher. Der Fi-Schutzschalter ist unten mit angebracht. Und hier hinter der Blende, da sitzt ein 230 Volt Ladegerät. Das ist noch nicht Lithiumfähig, aber das passt hier zu der Kabine sehr, sehr gut. Denn ihr habt hier unten, hier habt ihr die große Bordbatterie stehen. Inklusive dem Solaregler. Ein IBS Charger ist mit drin. Also auch hier ist für Stromversorgung, Batteriekapazität gut vorgesorgt. Eine Besonderheit bei dieser einen Kabine ist die Wasserversorgung. Wir haben hier vorne das Bugstaufach nicht wie standardmäßig mit einem festen Tank ausgerüstet. Der Erstbesitzer kam aus der Medizin und sagte, ich möchte keinen fest eingebauten Tank haben. Ich möchte gerne rausnehmbare Tanks haben, der Reinigungsmöglichkeit wegen. Und das war im Jahr 2012 noch machbar. Da konnten wir solche Sonderwünsche direkt ab Werk mitbestellen, so dass die Kabine dementsprechend ohne Tank gekommen ist. Kurz noch der Blick nach oben. Der elektrische Deckenventilator, der Fantastic Vent, kann rein saugen, kann rausblasen und hat eine Temperaturregelung, so dass ihr, wenn ihr die Kabine mal verlasst, bei richtig warmen Wetter, könnt ihr den Thermostat einstellen und dann habt ihr immer eine regelmäßige gute Zirkulation. Und damit die Luft nachströmen kann, haben wir hier unten die Zurklappen. Nächste Herausforderung von Moritz von ganz oben nach ganz unten. Das ist die Zurklappe und wenn ihr die so ein bisschen aufstellt und den Deckenventilator an habt, dann könnt ihr gesichert gegen Zugriff von außen die Kabine wunderbar belüften. So und jetzt sehen wir uns gleich wieder draußen. Jetzt war ich etwas vorschnell. Das wunderbare Bett habe ich euch noch vorenthalten. Beim Bett haben wir ja gerade gesehen, man kann es ausziehen an dieser schönen Echtholzleiste hier und die beiden innenliegenden Dämpfer, die ihr hier seht, das ist das alte 4Wheel Camper System. Das neue mit den außenliegenden vier Dämpfern habe ich euch gezeigt. Das können wir gerne auch für euch an dieser Kabine nachrüsten. Also das ist einfach gemacht und wenn ihr sagt, naja die Dämpfer sind okay so, ihr könnt die auch einfach aushängen abends. Die haben keine Stabilitätsfunktion fürs Dach. Das Dach hält über die Scharniere vorne und hinten. Das ist nur reine Unterstützung zum Anheben und dementsprechend, wenn ihr die abends aushängen würdet, wäre das auch gut. Das Bett in dieser Kabine, das ist absolut fantastisch, denn ich ziehe jetzt den Bettauszug aus, hole mir schon mal die vier Polster ein Stückchen nach vorne. Jetzt ziehe ich den ganz bis zum Ende aus und jetzt kann ich die Polster hier reinlegen. Dabei drückt sich die vordere Matratze ganz nach vorne. Und damit bekommt ihr in dieser Kabine eine Bettgröße, die hat es echt in sich. Ich ziehe mir jetzt mal eben die Schuhe aus und springe da gleich hinein. Das Bett hat eine Breite von rund 1,70 Meter und eine Länge von 2 Metern. Wenn ich jetzt hier im Bett liege, habe ich unglaublich schön viel Platz. Ich habe die volle Höhe hier. Ich kann hier im Bett mich auch hinsetzen. Ich kann mit den Kindern hier mit Lego spielen. Ich kann mit Playmobil spielen. Das funktioniert wunderbar. Ich kann mich hier hinsetzen und ein Buch lesen. Ich habe eine grandiose Rundumsicht durch die vier großen Fenster, die ich habe. Und das ist was, das bietet schlussendlich nur ein 4Wheel Camper in dem tollen Maße, wie ich das hier vorfinde. Das ist was, was mich absolut begeistert. Vielen Dank dafür, dass mein lieber Kameramann mich gerade noch gebremst hat, hier rauszusteigen, ohne euch das tolle Bett zu zeigen. Nachdem ihr jetzt einiges über die inneren Werte der Kabine erfahren habt, kommen wir jetzt nochmal zu verschiedenen äußeren Werten. Ein ganz wichtiges Element ist die PVC-Plane als Zellteil. Diese PVC-Plane ist 100% Wasser und Wind undurchlässig. Das ist also kein Weltraumstoff mit Beschichtung und Imprächnierung und was man alles da machen kann, sondern eine robuste, ehrliche und solide LKW-Plane. Und ihr seht, elf Jahre ist die Plane alt und die ist in einem absolut tadellosen Zustand. Das ist eben eine Sache. LKW-Planen sind dafür gemacht, zehn Jahre lang eine Million Kilometer widrigsten Bedingungen ausgesetzt zu sein. Und dementsprechend habt ihr da bei einem 4Wheel Camper unglaublich lange Freude dran. Dann haben wir hier außen an der Kabine eine Markise. Das ist eine Sackmarkise. Die könnt ihr sowohl rechts als auch links anbringen. Und hier haben wir jetzt die Verzurrung. Die ist sehr, sehr einfach und gut zugänglich für euch. Die vorderen Zurpunkte nutzen wir so, dass wir die eben vorne über die Stützenaufnahme reinziehen. Ist beim Doppelkabiner ganz angenehm, also kriegt ihr schnell rauf und runter. Und die hinteren Zurpunkte, die sind eben durch die Klappe zugänglich, die ihr vorhin schon gesehen habt. Dann haben wir hier noch am Heck eine Besonderheit. Das war mal der Prototyp für einen Fahrradträger. Hat sich aber nicht als die Lösung herausgestellt. Was wir aber hier jetzt noch haben, nachgerüstet, ist ein LED-Zusatzscheinwerfer. Der bringt richtig Licht hinters Auto, ist mit einem separaten Kabel angeschlossen und wird mit über die Außenleuchte geschaltet. Ja, zu guter Letzt noch ein Blick kurz um die Ecke. Das haben wir vielleicht gerade im Eingangsbereich vergessen. Wir haben hier noch einen Stellplatz für einen Porta-Potti. Das sitzt hier super. Und statt des Porta-Potti habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, eine der modernen Trockentrenntoiletten hier mit reinzusetzen. Also fassen wir das ganze Gespann jetzt nochmal zusammen. Ihr habt einen top ausgestatteten Toyota Hilux für ausgedehnte lange Offroad-Touren, aber auch für euren Alltagsbetrieb. Ihr habt eine super robuste 4-Wheel-Campers-Kabine mit super kompakten Abmessungen außen. So wie sie auch heute neu nicht mehr zu kriegen ist. Alle neuen 4-Wheel-Campers sind von den Abmessungen mindestens etwas breiter, die meisten noch etwas länger. Ihr habt bei der Kombination die Möglichkeit, ihr könnt die Anhängerkupplung vollumfänglich nutzen. Sei es für einen Jagdkorb, für einen Fahrradträger, für einen Anhänger, den ihr ziehen wollt. Das passt hier also auch noch wunderbar mit rein. Und bei beidem habt ihr eben einen großen Preisvorteil, denn beides ist gebraucht, aber sehr gut gepflegt. Ihr könnt sowohl die Kabine als auch den Hilux bei uns einzeln kaufen. Wir haben nie das Verpflichtende, ihr müsst dieses Gespann nehmen, sondern wenn ihr sagt, ich habe schon einen schönen Ranger, ich brauche die Beaver. Oder ich habe schon eine schöne Wohnkabine und hätte gerne den Hilux als neueres Fahrzeug dazu, können wir das gerne trennen. Ihr findet die Preise unten in der Videobeschreibung. Müsst da ein bisschen runterscrollen. In der Videobeschreibung sind auch alle technischen Daten zu Fahrzeug und Kabine nochmal aufgeführt, sodass ihr das da ganz in Ruhe nachlesen könnt. Ist eine ganz feine Geschichte. Und dann haben wir noch eine Sache. Unsere schönen Camp Different T-Shirts, die gibt es jetzt bei uns im Spreadshop. Link blende ich euch ein. Wenn auch ihr den Menschen da draußen zeigen wollt, ihr seid anders, ihr fahrt keinen Wohnwagen und kein Reisemobil, sondern ihr seid Pickup-Camper, dann könnt ihr das da gerne bestellen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns bitte ein Like da, abonniert bitte unseren Kanal und vor allen Dingen klickt die kleine Glocke, dann kriegt ihr das neueste Video direkt von uns wieder angezeigt. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal. Euer Jens